Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, eine neue Aufnahmesession nach den letzten Folgen der vielen Tode. Diesmal folgt eine neue Folge der vielen Tode. Warum ist das eigentlich mehr so, dass wir die Aufnahme starten? Ob die neue Staffel, egal wer uns sein, die berät, die rennt weg. Ja, weil dann die Aufnahme beginnt und ich dann schon mal anfangen kann, die Stadt zu looten. Und dann Action machst. Ja, richtig. Wir müssen die Stadt looten und dann müssen wir irgendwann umziehen, wieder zurück ins wärmere Gefilde. Sachen machen. Ich lege mal mein Stuff hier ab. Aber was ist denn jetzt nochmal? Hat jemand von euch geguckt wegen dem Duster? Ich kann es nicht, nein. Achso, das ist dieser Mantel, ne? Korrekt. Ich befürchte, ich kann ihn nicht. Ein Mantel? Aber ich gucke gerne nochmal nach. Was für ein Mantel? Leatherduster? Ne, kann ich nicht. Das läuft bei uns. Nein, kann ich nicht. Das ist gut. Ich habe immer noch hier Rizzle of Steel, ja? Also irgendjemand wirst du das schnell lernen, sonst verlieren wir das hier. Achso, ich komme. Genau. Okay, wir machen jetzt einfach hier alles voll. Korrekt. So. Genau, die Küche machen wir dann wieder leer, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist, ganz genau. Wodan, mach die Tür hinter dir zu. Gilt auch für dich, Tür zu machen. Jackie, Rezept. Ja, liegt. Super. So, ich komme. Besuch mal diese Aufnahme, das ist ja nicht so oft zu sterben, sonst ist es ein bisschen langweilig für den Zuschauer. Ja, klar. So, jetzt kann ich uns diese tollen Schuhe machen. Und ich laufe ja gerne diesen Weg, das ist gar kein Problem. Hast du den besseren Motor eingebaut? Nee, ich habe nur geguckt, ob ich es hätte machen müssen. Wenn wir uns n... Wenn wir noch... Wenn wir... Da steht ein Baum. Wenn wir uns sofort bauen, können die, glaube ich, noch in Moped zusammenstellen. Wie ist das? Da steht ja. Ich glaube, ich jedenfalls. Guck mal, was wir hier drin noch finden. Da ist ja leer. Warte mal, ich mach mal hier... Hier ist alles leer. Ich mach die Autos, klar. Wieso ist denn das Ding schon... Wenn man hier bootet... Moment, war hier schon jemand drin. Kannst du haben. Möglich ist es. Wollen wir mal nicht bestreiten. Ne? Kann ich aufhören zu reden. Wieso ist hier eine Stahltür drin? Das hat auch jemand von uns gemacht. Das war ich. Um den Schop zu schützen, weil du hast... Du hast da Schutz versprochen. In der Schippschot... Schott... 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 Schottschotzer. Mit der Schottse... In der Schottschütze. Der Schottse... 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 Autofriedhof. Hier war das Feuer. Ah, Autofriedhof. Das ist alles angeschnallt bei mir. Ich glaube, die Hike alle schon ange... Ne, der war noch nicht gelootet hier. So. So, wir ziehen um, ne? Wir ziehen um? Achso, hierher. No. Das ist aber noch schlimmer. Da haben wir noch andere Sorgen, außer nur... Das ist jetzt besser eher. Vom Regen in die Traufe. Warte, Tresor hier gelootet? Oh. So nicht. Elite. Insecure. Ein Reifen. Was haben wir gesagt? Ab wann Reifen lohnen? An die auf jeden Fall nicht. Grün, oder? Mittlerweile ab Blau. Aha. Deine Ansprüche steigen aber auch von Folge zu Folge. Das letzte Mal war es noch schwarz. Und jetzt? Wusstet ihr schwarz? Geh los. Essen haben wir ja soweit, ne? Wenn der Verschleiß in der Kälte ist, größer, ne? Der Verschleiß von den Werkzeugen? Nee. So. Ach, wer echt jetzt? Um den Klapp am Warmthal. Ich hab jetzt mal ein Problem nur aus dem Bären gegessen und hatte immer noch Hunger. Du hast den Bären gegessen? Ja. Ja, der hat sogar noch gelebt. Der hat reingebissen. Geht's auf Rode an? Der geht ja nicht. Wann hat die in den Bärenfresser? Die trinken Bier. Hier ist ja auch schon gelootet. Mann, Mann, Mann. Was heißt denn nur noch die Stadt looten? Wir haben doch eh alles schon durch. Warum kann ich denn nicht? Nee, ich glaub nicht, dass wir alles durch haben. Also ich hab auf jeden Fall nicht alle durchgedeckt. Ich checke das. Ah, hier ist noch nicht. Na? Oh, ich hab da mal Rede von Ed läuft. Boop, boop. Ed läuft. Du hast die Begeisterung von Serendipidi. Ed läuft. Boop, boop. Oh Gott, nicht in... Oh Gott. Machst du alles gut? Ja, ich bin ins Unglück gestürzt. Ich hab auch nichts. Wir hatten ja nichts. Da hinten ist ein bisschen Dreck. Ich hab überlebt. Schau, schau überlebt. Ja, eine Blechdose. Mann, hab ich ein Glück. Crabben. Wo war denn die Geschichte, wo man die Bodenplatte wegtackern musste? War, muss da die Toilette neben dran stehen? Die muss irgendwo in der Ecke sein. Das sind diese verbrannten Häuser. Da bin ich gerade, aber hier ist kein Klo. Mach doch hier. Nee, das muss nicht im Klo sein, neben dem Klo sein, sondern ich hab sie mal beim Eingang gefunden. Okay. Hier ist eine Bodenplatte und da kann man auch nicht durchgucken. Schlag ich aber daneben kaputt, wa? Das macht Sinn. Ich finde, du hast vier gelernt. Oh yes. Ein bisschen haben wir jetzt schon seven days. Aber wenn unter der Metallen und Holzklotz ist, ist ja da wohl nichts drunter, oder? Oh. Nee, das, äh, nein. Müsst ja dann frei sein. Das dann, ja. Hier ist noch eine. Das probier mal raus hier. Ich glaub, das hatte ich schon in der letzten Folge gelootet, das Haus hier. Die wollen mich, glaub ich, trollen. Weißt du, die haben hier Metallblatt hingelegt und dann sagt er, Ich bin heute runter, erstickt noch eine, kaputte Idiot. Ich bin jetzt hier drei Meter tief im Boden. Hier ist kein, hier ist nicht. Okay, das wird schade. Hier ist ein Empty Purse. Empty Pose. Apotheke übrigens bei mir. Und da. Hast du schon auf dem Frisor geknackt? Ja, ich glaub, den hat geknackt, ja. Okay. So krass geknackt, dass er einfach nicht ist jetzt. 42 ist nicht gut, wa? Grad. Boah, besser als 30. Schön. Du kennst mich. Der war doch schon tot. Okay, Mann, ja, vielen Dank. Und er war auch schon tot. Das war der Sicherheitsschuss. Ja, genau. Oh, jetzt ist der Wettbewerb. Gelbe Hosen? Nee, hab ich lila. Oh. Ich hab ihn hier besucht, irgendwie. Ja, klar, ja. Eine Schainsaw. Und eine 600-Taste Stone-Ex. Ich hab eine 600-Taste Stone-Ex. Was ist denn hier die Tüte drin? Was? 600-Taste. 600, also Anschlag. Ja, Anschlag. Na, Anschlag Stone-Ex. Boah, was willst du mir das Stone-Ex, wa? Läuft bei mir. Oh, wieso komm... So. Okay, Freund. Du und ich und die Machete, will ich sagen. Oder was hast du? Oh Gott, der ist tot. Okay, du hast Kopf... Minions, wenn dir kalt ist, setz doch mal von dem hier eine Mütze auf und nimm deinen Helm ab. Hat er eine Mütze dabei gehabt? Oder hast du eine reingelegt? Nee, der hat zwei Mützen dabei. Nehme ich grad die Rose, wa? Die macht plus 15. Und dein Helm macht minus 10. Bist du gut zu mir. 25% aufsteigen, also das wird nicht... Nee, reicht schon, reicht den Rest. Brauchen wir nicht. Grüne Reifen nicht mehr, oder war? Äh, nee. Okay. Da oben so noch... Ah, das gibt's doch gar nicht. Kommt man da nicht hin? Man kann doch... Ne. Also ich bin voll, wenn noch jemand... Antibiotika braucht und so. Ich hab Steel Arrowhead gefunden. Aber das ist ja jetzt auch egal, das braucht man ja jetzt auch nicht mehr, ne? Richtig, ja. Ach, du hast ja jetzt gelernt. Gut, schon wieder frage. Ich hab's schon gelernt. Ja, denn ich würde sagen, es ist schon fast soweit, dass wir die hier abhauen, ne? Das war's. Gut, wenn's euch gefallen hat, dann... Schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es wieder heißt. Wenn's euch gefallen hat. Schalten Sie. Blaue Reifen mit 424. Das ist doch nichts in Frieden. Wie wisst ihr, was ihr zu tun habt. Daumen nach oben und überhaupt. Und schönes Leben. Bis dahin. Tschüss. Na nu. Übertreiben wir nicht. Die Stadt hier schon zu Ende? Ne, da vorne kommt noch ein Häuschen. Ich bin durch den Schneekeil, kennst du gar nicht so gut, wo die Straßen entlang gehen. Alles klar da hinten? Jupp. Schrotz im Anschlag. Oh, ich hab ein Nachtsichtgerät gefunden. Oh, probier's mal aus. Im Blau, es funktioniert sogar. Jetzt stirbt doch ein Stück. Du stirbst. Oh, ich seh nix. Alles so hell. Oh, jetzt ist es ja auch Tag, ne? Hm. Okay. The Jackhammer. Äh, looten umlaufen. Jemand in dem verbranntem Haus schon durch? Ist man bei mir. Okay. Was? Leck dich. Leck dich? Leck dich. Weck dich? Oder leck dich? Ja, wie auch immer. Bitte? Da hat jemand schon die Purse. Oh nein. Was ist los? Ich bin gestunnt. Ich blute. Ich bin tot. Scheiße. Gebirge. Oh Mann. Nein, da liegt sie nackt. Noch wieder Schrott in der Hand. Oder wäre recht nicht. Ich hab, wir haben uns auch gemacht. Die, ähm, Klamotten doch im Rucksack landen. Ach so. Ja, klar. Okay, dann, ähm, packe ich gerade mal das, was ich nicht brauche, in unsere Schränke. Das ist gut. Ja. Das war eigentlich langsam mal anfangen mit, äh, mit einer Stadt bauen. Jetzt, wo wir Stahl haben. Ja. Könntest du ja mal Stahl ansetzen, Serien-Dip-Diener. Genau, wollte ich gerade sagen. Jetzt, wo du's sagst. Voll geil, die Idee von mir. Ja, aua. Du bist doch sowas zu gebrauchen. Digga, ich hab jetzt lila Reifen. Bist du damit zufrieden? Ja, da brägt. Fort Stil, ja. Er hat Interesse an der, ähm, Hunting-Rifle-Schematics. Hier, nee, nee, was ist das? Sniper-Rifle-Schematics. Haben wir hier irgendwo Kohle? Wo dann? Guck da mal rein. Lern mal was. Kannst mal was lernen. Hier haben wir Kohle. Die Sachen von Serien-Dip-Di-Ufteilen. Nee, nee, ich komm die gleich holen. Das, ich, ist ja alles voll. Wir müssen ja auch das Ganze, den ganzen Kram aus dem, ähm, anderen Bunker umziehen. Ich würd sagen, das machen wir auch offline, weil das ist ja total bescheuert, wenn uns die Zuschauer dabei zugucken, wie wir alles hin und her rennen, um den Kram umzuziehen. Das machen die doch den ganzen Tag. Können wir einen Bollerwagen-Craft? Ja, einen Bollerwagen. Darf ich drin sitzen? Ja, zieht. Ja. So. Wie lange es meldet es denn? 36 Minuten? Kann das sein? Mag sein. 17. Ich bin ja nicht froh. Interessant, dass man manchmal Reifen findet. Die haben hier, ich hatte eben welche Reifen mit Level 26. Achso, findest du auch, ja? Oh, schon wieder lila Reifen. Jetzt hab ich schon zwei lila Reifen. Schade. Nichts gefunden. Du könntest noch ein Moped machen. Haben wir irgendwo nichts tun? Ja, wir werden Forge hätten, ja. Ja, wir machen eine Moped-Gang auf. Ja, Moped-Rocker. Ja. Also, ich hab ganz viel Material in meinem, ähm, Dings und ich glaub im... Ich hab schon eh mal, äh, eingedrückt in deinem Rücken, damit ich... Ja, und in dem anderen Bunker ist... Ach genau, wir können ja unsere Sachen stacken, ne? Aber ich hab ja auch die Autos auseinandergenommen. Ja. Und, ähm, ganz, ganz rechts in dem anderen Bunker müsste ein Motor liegen. Ich glaub, der war sogar lila. Ich bin mir nicht sicher. Was? Wieso brennt denn das schon nicht mehr? Das kann doch nicht sein. Leather Jacket-Schematik. Also Jack... Ach, äh, das war doch ein Bug. Unser, unser Ofen stand auf minus... Auf minus 36 Minuten. Ah, das gibt's. Und was ist jetzt mit dem Stahl passiert? Ach komm, jetzt kann ich keinen Stahl mehr machen, oder was? Klar. Nee. Musst halt dir noch Holz drinlegen, oder so. Ich hab... Ja, das Problem war... Huch. Hallo, Bruder. Wie macht er das denn nicht? Oh yes. Chainsaw-Schematik. Der steht wieder auf, Bruder. Lass mich los. Kannst du deine Sachen mal beenden? Er leg dich hin jetzt. So, okay, jetzt läuft's. Habt ihr gehört? Buggy Chainsaw-Mechanik, äh, Dings da. Very good. Very good. Very good. Ich hab leider gebrochene Beine. Da kann sich da jemand irgendwie erbarmen. Ja, hier, warte. Moment, ich hab... Ich lade kurz durch. Du lahmst? Tötet ihn. Wie viel brauchen wir denn? 10 wahrscheinlich, ne? Jetzt hab ich schon ein paar Mal erzählt, gell? Von Bradesalz. Oder am Boden so ein Ruck. Ja, 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 das ist schon mehr als da. Ich muss ja sagen, das ist schon eine der Geschichten, die... Wir alle singen können. Dein Hager. Wie die wir alle singen können. Was denn, du? Okay, da. Okay. Kühler nicht scrappen, hast du gesagt. Kühler nicht scrappen, nee. Außer du hast keinen Inventarmalplatz mehr frei. So mein Geld, dann scrapp ich die. Und weil du was draus machst? Die geben im Forge selber 50 Scrap und so nur 20. Hatten wir nicht irgendwo ne Kiste mit Klamotten? Ich hab'n vorher schon überlegen, ob er die los wäre. Ich erfriere. Ich hab' Hunger. In meinem Rucksack liegt was zu essen und im, ähm... Ansonsten kannst du auch sehr typische Sachen anziehen. Im Bunker ist auch was zu essen. Ach ja, ja, mach mal. Ziehen wir meine Sachen an. Das wird lustig aussehen. Hey! Wodan! Mä, mä. Verpiss dich, ist meine. Wo ist das Moped? Wodan! Was hast du festen? Hast du Inventarplatz frei? Nee. Beide hingerannt. Na gut. Was brauchen wir eigentlich, um Stahl herzustellen? Äh, mehr Eisen. Eisen, ja. Ich bin die Meinung, ich wissen nicht. Ich hab' Bärwitz-Rezept. Stress. Die Ende war ein Schwein. Die puppte sich, die puppte sich, ertragend. Was mir passiert, hab' ich mal, vermeintlich ein Schwein auf den Arsch geschossen, war's ein Bär. Oder machen wir aus Led-Eisen? Aus, nee. Wir machen aus Eisen, machen wir Stahl. Wahrscheinlich Eisen und irgendwas zusätzlich. Ja, aber wir haben 2000, wir haben 2000, wir haben 2000, ah, wir haben kein Clay mehr. Ach man. Ähm, okay, ich kümmere mich da mal um Clay. Okay, Aura-Schematics, Chainsaw-Schematics. Ah, das kann ich auch nicht machen, hab' ich... Einmal The Riddle of Steel für mich. Ah, ich bin hier völlig aufgeschmissen. Ich kann nur nicht... So. Ich fahr mit Bobbin nach Hause. Mach oder wollt? Äh... was hab ich denn jetzt gemacht, jetzt hab ich den ganzen Kram in der Tasch... oh mann. Kann man, ich muss mal noch punkten punkten. Hast du okay? Kriegt doch eh nix mehr mit. Was? Punkten. Punkten ist gut. Oh, ich muss aus dem Gebiet raus. Das ist so nervig. Jedes Mal Hunger und kalt und oh, nass. Oh, ne schön. Ziehen wir aus? Wir sind noch nicht eingezogen jetzt. Ach man, ich fand so schön hier, so ein bisschen... Naja, wir wollten da ja jetzt auch nicht übernachten, ne? Wirklich, also... Achso, ne, turn on, ist schon richtig. Eigentlich war... Wo war... Wir waren auf der Suche nach Steel und jetzt haben wir zweimal Steel gefunden. Zweimal das Steel-Rezept? Ja, ich hab's jetzt gerade aus dem AirDrop geholt. Ah, wie cool. Wir hatten doch noch nie Steel. Ne, Steel haben wir jetzt. Ich hab die Tür... Na doch, am Anfang, wo du gesagt hast. Ja, genau. Ich hab die Tür auch schon einmal aufgewertet hier unten. Oh, Schublade. Äh, Schublade. Das heißt, wir haben jetzt eine Wall-Tür drin. Wir haben hier Mais. Wieso sagt denn keiner, dass wir hier Mais haben? Ihr seid solche... Habe ich schon erwähnt, dass wir Mais haben? Ich glaub, du hast einen Meister. Nein, oh, jetzt ess ich's auch noch. Wir hatten Mais. Wir hatten Mais, übrigens. Boah... So. Changesides, de... Organeskas. Oder verwechsle ich das grade mit irgendwas... Genau, man stimmt. Und so tu ich ja wahrscheinlich. Ohh, ich bin sicher. Ja, achso, ja genau. swinen Apotheke. Ich weiß, womit ich verwechsel. Was? Apotheke. Was damit? Bin ich... Und damit sagst du mir jetzt genau was? Wir haben so ein cooles Feld. Das ist richtig genial. Du meinst, du hast ein paar Apera hiervon? Apera Downer. Also habe ich schon gehört, dass man das so nennt. Was? Wovon redet ihr denn? Jack weiß Bescheid. Hat mir das beigebracht. Ich habe keine Ahnung von dem, was du erzählst, Mia. Ganz ehrlich, ich bin ein unbeschriebenes Blatt, was sowas angeht. Bin quasi... Jungfrau? Was? Das ist so ne Frechheit. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich letztes Mal in so nem Pillen-Store war. Ich auch nicht. Gott! Du meinst im Rohr? Da war schon wieder so ein Geräusch. Eine 489. Axt. Dann werde ich mal die andere scrappen. Die Queue voll. Mach hier schon mal ein bisschen was aus dem Keller quasi leer. Boah, hier ist ja ein blauer Motor drin. Ich krieg die Tür nicht zu. Wieder? Ja. Das war das nicht von mir. Nee, von mir glaube ich. Ich hatte einen farbigen Motor. Einen farbigen? Ja, ich weiß nicht mal, ob lila, blau oder grün oder schäglich kariert war. Ich weiß es nicht. Du bist da so, du denkst, das ist ja schon wieder das... Ja, richtig, genau. Immer. Haben wir schon einen Beaker in der Firma? Einen Beaker in meiner... Nein, haben wir nicht. Der Beaker, den hab ich in den Schrank gelegt. Genau, den bring ich also mit. Das war eine gute Idee. Gott. Da ist eine Batterie und alles. Das ist nicht so passend. Jetzt hat sich wirklich hier ausgeleert. Hat ein paar guten Sachen bei ihr habt und auch viel Hotz. So, kennen wir ihn. Machen wir das an. Dreck perfekt, da wäre es. Oh, stolz. Also in so einem Pillenstore ist auch überall Pillen drin, gell? Ist echt im Dreck am Boden. Im Dreck am Boden hab ich gerade hier so ein paar Pillen rausgezogen. Die würde ich nicht mehr nehmen. Meine nur. Die sind so gut. Na gut. Das ist auch hier. Da ist noch ein bisschen Stau drauf. Kannst du wegwaschen. Oh, Grain Alkohol. Damit rennt es sich gleich viel besser. Also wenn ich zu Hause bin, mach ich erstmal Mopeds, würde ich sagen. Und ich kann uns Stahlpick-Dings machen. Ja, Mopeds. Wie viele Cases soll ich mitnehmen? Cases? Cases? Baskets. Entschuldigung. Ja, drei. Nee, vier. Nee, drei. 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 Also wenn du drei hast. Ich hab jetzt einen. Ich hab lila Reifen, blauen Reifen. Also ich hab drei Reifen sozusagen. Lila Reifen, blauen Reifen. Also ich hab zwei lila und einen blauen. Einen Basket. Ja. Also wenn du noch einen Basket findest, wär nicht schlecht. Ansonsten haben wir ja eigentlich auch unser Eingritsinventar. Also hier liegt halt ein Kast dran, den kann ich natürlich nicht aufnehmen. Empty Shopping Case. Nochmal Pillen, alter Vater. Ab nach Haus. Wo war denn die Büchsen hin? Rennen wir jetzt zurück. Hast du alles leer gemacht in der Base? Nein, so viel wie ging. Wir müssen eh nochmal zurück, Schatz. Ja, aber ich bin auch voll. Ja, wir müssen nochmal zurück. Und wie gesagt, das würde ich offline machen. Dann renne ich jetzt zurück. Das mache ich jetzt zum Ende der Folge. Und ich schovel jetzt mal ein bisschen Kray. Dann machen wir das jetzt zum Ende der Folge, dass wir umziehen machen. Wir sind am Ende einer Folge von Scrap Mechanic. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns Vorschläge, was wir bauen können. Ach, das war eine andere Aufnahme. Ich habe es verwechselt. Läuft. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge von 7 Days to 3 wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.